Der ist einfach gelb, Digga. Der ist gelb. Schon. Wobei eigentlich nicht, die sind eigentlich ganz cool gewesen. Ja waren die auch, die hab ich ja auch schon gerade gesagt. Ich hab Senpai eigentlich ganz gut gefeiert, die Leute waren auch echt nett. Wir sind ja auch mit ein paar von denen... Du bist ja auch mit denen mitgelaufen, als wir Garten und so gelaufen sind. Die waren ja eine mega korrekt und so. Ja ja, die waren korrekt Digga, unnormal. Eigentlich war umso gilt der deutsche Digga. Ja, Digga waren die auch. Weil die... Weil die einfach von... Grundlos irgendwie permanent gebieft haben. Ja ja. Digga, wusstet ihr eigentlich, dass GhostPoro die Anzahl der Leute, die er hittet, als Stacks reinnimmt? Das heißt, wenn ich jetzt Botlane diesen GhostPoro durchkriege und beide Leute damit hitte, hab ich einfach 6 GhostPoro Stacks. Leute. Aber das geht einfach nie durch, Digga. Weil immer nur eine Person da drinne steht, Digga. Aber ja. Keine Ahnung, Digga. Aber ja. Keine Ahnung, Digga. Keine Ahnung, Digga. Keine Ahnung, Digga. Ja, wow. Ich bin so bad in dem Game, Digga. For fuck's sake, man. Ich bin so bad, fuck man. Toppismiss, Toppismiss. Okay. Kommt, oder? Head gewartet. Ja, ich weiß. Ich bin so bad. Ich hab noch keine W. Ich hab jetzt W. Ich bin da. Er hat immer noch Flash, Digga. Kannst du Recon auch hoch tippieren, dann kann ich noch mal gamen. Er wird halt selber auf Minion tippieren, oder? Ja, muss ja. Digga, guck dir den Ghostbureau da an, Digga. Wie hat er eine, der da ist? Hast du ein Wort? Nein, hab ich nicht. Fuck, Mann. Digga, siehst du meine HP, Mann? Holy shit, der Wort von mir ist gut, ich bin mir gank. Ja. Ja, das ist ein Wunder, dass er mit mir endet. Das Spiel ist eigentlich voll gut, wünscht eigentlich 76% Win. Hey, guck mal, er pusht. Top-Land pusht jetzt auch bei Dwayne, komm aus der Back, er wird Bot-Land gehen. Ich bin echt schon ein bisschen müde, Digga. Okay. Also Rambus hat jetzt da geflasht, Bräuber, ne? Jetzt da drin, ne? Ja, ja, ist er. Ich hab 6 jetzt durch die Minions, ne? Ne, doch nicht, hab ich doch nicht. Warte, 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 bis ich in den Kiel rauskomme. Haha, toll. Ich casse jedes Mal, Digga. Wollen wir die kriegen, Digga? Ey, wo bin ich die Boots, Digga? Oh, die wir watching, man. Lass uns weitergehen. Hier, die 6, die 6, aber die 6. Die kann man nicht kennen. Doch, doch, können wir. Doch, doch. Will der Twitch mal kommen, Leute, Digga? Oh, der Bleed. Pass auf, pass auf, Mann. Pass auf, pass auf, der Minions, Minions. Ja, ich seh das auch, Digga, aber soll ich hier jumpen und hier in die Fresse jumpen, oder was? Ne, ne, hochgehen, Digga. Ich kann nicht, doch. Der Töte, den nicht töten kann, aber der ein Retard ist, Mann. Weil er nicht followed, so. Like, what the fuck. Er hat echt spät gefollowed, Digga. Oh, das ist nicht so gut. Oh mein Gott, ey. Ich meinte, du sollst hochgehen, so. Das hab ich gedacht, ja. Das machst. Ja, kann ich nicht, weil der Jackson da gewesen wäre. War ja, Dings. Der kam ja auch, wo ich spawnen wieder, ganz drauf. Ja, alles gut, Digga, alles gut. Oh Gott, Mann, oh Gott. Jetzt terug. Ja, ich will die neu- Dassel, was er. Ja, ich will. Mal dann. Y come, wann da wedding? Ja. Machen, wenn das Studio. V작 Hur14-TV nachden falaern. Toppismus, ne? Sheenjax ist so der Hardcounter zu Sinch, Digga. Fuck, Digga. Ich komme auf. Er hat den Stun durchbekommen, what the fuck, man. Ich bin hier einfach fast 2-1er, man. Er ultet mich jetzt. Man, ich krieg jeden Kill. Ich hab Red Buff, ich kill den. Oh, der bleibt am Tower, what the fuck. Sorry, Digga, ich muss Hardcounter jetzt. Keine Ahnung, der ist legit ein Troll, Digga, ist legit ein Troll. But how hard is this? Also, Caten ist beide nicht so schlimm für Sinch, Digga. Vor allem Nelux ist auch nicht so schlimm für Sinch. Das sind beide sehr schöne Champions für Sinch, eigentlich. Digga, das ist einfach Budget Tim und Budget Markus, Digga. Jax und der raus, Digga. Versucht die ganze Zeit Toplane zu ganken, aber er kriegt's nicht hin mit seinen Mobility Boots, Digga. Und er so fucking squishy ist einfach. Und ich Mercs gerusht habe und nichts sessiert werden kann. Digga, kommt safe wieder, Topman. Aber um zu alle hat die auf die Minions geäbt, Mann. Hä? Nice, Digga. Oh mein Gott, kommen wir's? Zyra ist auch am Start, Digga. Korean Tailin. Ich hab 13 Sekunden TP. Ich hab den letzten Drive-By-Kill gemacht, Mann. Der W. Können wir das noch fighten, wenn du dich hoch hier jetzt? Ich hab TP. Ja, Digga, bist du stark gewohnt? Ich bin riesig, Digga. Ich bin riesig, ich bin riesig. Ja, ist schon zu leid, ich glaube. Da TP't jemand. Ne, ne, da... Jana ist auch da. Jax ist da hinten, ne? Also, wir haben das beide gesehen. Ich sterb jetzt für sie. Aber wir kriegen Kill, oder? Krieg doch, maybe. Ich mach Kräste. Die kriegen wir auch noch? Ja, das ist gut. Okay, sie kriegt jemanden? Nicht? Niemanden? Ah, der Twitch ist da. Ja, Twitch ist am Start. Äh, der EG ist schon, also er ist kein Schärmchen mehr. Äh, Sarah geht irgendwie nach dem Bug, du, Digga? Äh, sie holte da irgendetwas, Digga? Keine Ahnung, was sie da geholt hat, Digga. Okay. Watt, tech... Ich schreibe schon Kate, Digga. Keister, meine ich. Nur noch die Platings, hä? Nice, Digga. Er geht einfach... Er geht Lamborghini... Äh, äh... Kommos. Excellent, China, Massey. Der ist ein D4, mit 2000 Games, 50% Winrate. D4, 2000 Games, Digga. Wer? Der Ramos, Ramos. Ey, yo, die kommt top, Digga. Ja, nice. Das ist gut. Der Twitch, will der auch kommen, ey? Ja, go, go. Caitlyn, Solo-Bot, Digga. Watt... Just auto-attack him! Deine Passive-Frog doch trotzdem, Mann! Ich geh jetzt auf jeden Fall rein, Digga. Oh mein Gott, der Bind. Slow him. Komm mal hier hoch, wenn du kannst. Nein, Digga, der E von ihr! But what is this Bot-Diff, Digga? Wie, wie, wie? Kann ich Siron nicht move, Mann? Ah, Mann, ey. Ich hätt' das irgendwie flashen können, maybe, ja. Imagine, es ist ein Red-Smith von Ramos, gehabt, ja. Ja, die Rune muss gewonnen sein, eigentlich. Guck mal, wie shit die sind, Digga. Wenn ich jetzt mein Winters Approach habe, ist es komplett over. Es ist einfach komplett GGVP-Easy. Du siehst ja jetzt schon, wie stark ich eigentlich bin, Digga. Ja, ich bin irgendwie ein bisschen useless, Digga. Keine Ahnung. Mei, jetzt... Ich glaub, deine Ult war zu früh. Irgendetwas war auch ein Cool-Down, Digga. Irgendetwas war da... Irgendetwas war da nicht richtig, Digga. Ich hab keinen Schaden, weil, Digga, Jacks... Oder von mir war da irgendetwas falsch, Digga. Irgendetwas... Die sind so tanky für mich, Digga. Die haben alle... Die Diana ist so ein bisschen... Ja, ist jetzt kein Counter, würde ich mal sagen. Doch, doch, die ist schon tanky, Digga. Ja, ja. Der Jack ist wegen seiner Ult. Wegen seiner E, Digga. Ich hab echt Probleme, die irgendwie zu... Was ultet der da? Ja, ich hab da mal ein Geld. Ja, aber auch. Oder hab ich keinen Shotgun gehabt, doch. Doch, 600, oder? Ah, doch auch, 600, na. Digga, Ult, ich halt noch eine Frisse. Digga, solche Mercs gehen. Mercs gehen, Alter. Ich kann es. Ja, für Rammus safe, Digga. Ja, für Rammus, Digga. Diana, Loops. Das war schon... ... ... Denn der sich tauntet die ganze Zeit, Digga, schon. Man, ey, for fuck's sake. But how shit useless are you, man? Er wird mich... Er wird mich Q-Wen einfach, so. Können wir das flashen, irgendetwas usen? Oh, Digga. You are insane. Ich muss immer... Ich muss mich aber schnack, Digga. Nein, Digga. Diana ist hier. Warum ist Diana hier? Warum ist Diana hier? Warum ist Diana hier? Warum ist Diana hier? Warum ist Diana hier, Digga? Ich hab legit nicht geguckt, ob die hier ist oder nicht, Digga. Die war einfach Toplane, Digga. For some fucking reason. Aber ich konnte den München nicht Q'n, hä? Oh, Mann, Digga, ist aber auch... ... so useless, Digga. Warum hängt die im Jungle mit mir, Digga, anstatt einfach auf Lane zu gehen? Die... die hat jetzt... ... die hat... ... Tor oder Clos, Digga. Hä, wie? Ich kann dir helfen, Digga. Das ist Cola. Gänst du da was? Ja. Nein. Go, go. Fick mit die. Oh, ja, du kriegst dein Schild in den Fight-Up, maybe. Ja, Mann. Hallo, block das doch! For fuck's sake, Mann. Wer, warum ulten wir so viel? Der hat keine ult. Es ist niemand da, Digga. But... But... Was? Was? Das ist ein bisschen auf mich! Äh, Gator 0 gibt 2. Oh, das läuft! Du bist ein bisschen auf mich! Guck mal, der Live-Seal-Digger, what the fuck, wir closed das einfach mal! der ich bin so wie heid wegen diesem ganzen gefeite dicker und alles daran und sterben ohne ende also vom css her und so ich bin auch ein level unter dir hier muss die diana sein muss da hat ihr auch shadowflame ticker können tausch schnell durch 10 der witzers approach ist so strong aber wo geht die kaiser hin digga ne kaiser kaiser hat gerade die die dinge sind geholfen die in der zyro drinne stand warum gehen wir nicht auf die katlin digga ich muss noch immer mal packen ich muss noch immer mal packen Ich geh da alleine rein Digga benötig so, I don't fucking care. Du hast mit minus 50 Leute rausgebracht Digga, wollt ihr nicht chillen auf mich? Nee, ganz sicher nicht Digga. Ja gut, wenn die so viel, ne? Ich hab aber noch keinen ohne Game, wenn ich so gut bin. Ich mach einfach Break Digga, wenn jeder ein bisschen keine Ahnung was macht. Digga, Approach auf diesem Game Digga ist so krank, ne? Jetzt mal, no joke Digga, ich hätte da gerade 8 mal rein flashen können, so stark bin ich gerade. Wollen wir Nash'n? Ich will Botlay eigentlich noch ne Wave. Ja, scheiß drauf Digga, das ist trotzdem Nash'n, oder? Obwohl ich nehm die Botlay in Wave Digga, ihr könnt das ohne Milch machen. Ja, ne, scheiß drauf, wir machen das nicht wirklich. Ich will den Botlay trotzdem nehm, Digga. Ich brauch Gold. Digga, das wird das fuckt mich ja noch selber auch immer ab Digga. Er würde ja instant reinjumpen, instant für den Dive gehen Digga. Immer, immer, immer rein da, immer rein da. Das ganze Team ist tot Digga, wir müssen rausgehen, ne? Lass mal Base in, lass mal Mitte gehen. Ich, ich, ich kann dich hippieren, ich kann dich hippieren. Ich hab keine Movement Suite, man. Die fuckt mich voll ab, man. Die fuckt mich voll ab, man. Wo, 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 warum sind die bei uns so durch Digga? Ja, weil, weil, weil unser ganzes Team einfach gestorben ist. Das ist nur, no fucking reason, man. Ja gut, ich hätte nicht mehr drauf flashen, sondern hätten wir den in-up defen können. War mal wert. Wir haben nichts bekommen durch den Kill. Aber die sind halt komplett die Scheiße. Diana ist ein Problem, Digga. Diese D4-Peaker kommen nicht auch mit Diana drauf klar machen. Können wir nashen direkt? Ne, ne? Wir können doch eigentlich nashen, Digga. Wir nashen, wir nashen, auf jeden Fall. Wo geht der hin, Digga? Komm nashen. Ja. Ich muss kurz anders schauen. Damit die nicht wissen, Digga. Zack, Digga. Ich hab ganz so 100 damage mit meiner Kuh gemacht. Um nashen. Ich hab keine Ult, ne? Ohne Ult bin ich nichts, Digga. Ich hab auch Demonic eigentlich. Ich hab das Becken, Digga. Besser ist es. Pass auf, pass auf, pass auf. Die haben eine Vision gehabt, bei der in dem Busch. Ich hab mir mal eine Kuh-Fallin gehabt. Ich bin halt fast 16, Digga. Ich will gerne noch einmal meine Ult gehabt haben. Das wäre glaube ich nicht so bad. Digga, aber enden wir uns jetzt einfach, Digga? Ich glaube nicht, Digga, wir können die alle töten, beide, oder? Wenn ich jetzt einfach reingehe, töten wir alle. Ich bin halt fast 16, Digga, ich brauch mal 16. Ich brauch mal die Midway, aber mit XP. Hätten immer noch Directors oder so. Ja, ist doch mal ein Wind, oder was? Digga, wir sehen die in diesem Scheißbusch den ganzen verfickten Tag, Mann. Und die kriegen's einfach nicht geschissen, ey. Die kriegen's nicht geschissen, ey. Wir sehen die die ganze Zeit da unten, Mann. Hey, Digga, ich bin der 14. Zack, Alter. Bonus Damage, ey. Wie kann man so oft sterben, Digga? In einem Game, wo man tryhardet. Ich geh hier entlang. Ich geh hier entlang. Oh, shit, Digga. Digga, get cancer. Digga, was macht dich für ein Damage, Mann? Die machen 12 Sekunden Nash, äh, Drake, ne? Ja, ich komm auch. Ich bin da hin. Ich möchte eigentlich da hin, Digga. Ah, ich kann nichts holen. Ich kann nur Pots holen. Ich bin ein bisschen low. Oh, fuck, Alter. Und Jax hat jetzt schon geultet, ne? Ich muss die PIN, Digga. Oh, irgendetwas. Die haben den schon, Digga. Fuck, Mann. Dass wir den Init bekommen haben, ist, ey, jetzt mal... Pass auf, wenn du einmal stehst, Digga. Ich weiß nicht, ob ich die Pfeil so nicht holen, ne? Da könnte jeder andere stehen, hier. Pass auf. Die ficken die jetzt, mein Gott. Oder? Die geht halt viel Damage ohne Sonja, ne? Oh, mein Gott, Digga. Die einen wollten gerade unten sein. Jetzt sind die nicht mehr unten. Ich kann eigentlich unten nicht sein, ich bin zu low. Jax, kill mich einmal, ich bin tot. Ah, nee, lass einfach raus, Scheiße. Okay. Ah, nee. Okay. Der Hälzer ist eigentlich ziemlich stark gerade. Darf ich nicht hier stehen, Digga? Kommt ihr zu mir? Ich weiß nicht, Digga, da könnte jeder sein, ne? Pass auf. Bei Digga, mein Sohn ist es oft hier, Alter. Die wissen nicht, dass ich hier bin, ne? Alter, hat die Kaiserrat Damage gemacht, Digga. Ja, holy shit. Oh, die hat schon 4 items. Ja, Baby, sie ist nicht broken, zur Zeit. Das ist halt ne Weak Roll, Digga. Nein, ich kann das spielen, aber ich kann nicht bleiben. Aber die ADCs sind gerade echt gern stark. Die Kaiserrat und der ganze Scheiß sind so strong, Mann. War noch nicht schwach, Digga. Geh mal Corki an, Digga. Das ist richtig disgusting, Mann. Digga, Corki ist richtig strong jetzt, ne? Digga, Corki ist ein unnormales Biest, Digga. Digga, trollt ihr gerade? Ne, 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 ne? Wieso mach ich die Zera? Also... Keine ult. Lass einfach. Lass hier warten, Digga. Wieso mach ich das, Mann? Ich kann nicht hier hin, ich kann nicht hier hin. Hey, warum, 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 warum hol ich es laut, Mann? Lux ist so ein Aids-Champ, Mann. Wieso mach ich das, Mann? Egal, egal. Lass raus, aber ich habe den Channel. Digga, Lux ist so ein Aids-Champ. Warte, wir sind nicht da. Wir haben Stuhl, ne, wir haben nicht Stuhl. Wir haben den Stuhl, Alter. Oh Gott. Fuck, Digga, wir haben Verlangen. Heißt das irgendwo ein Timbuktu, Digga? Just keine Abilities at all? Just nicht mal W oder so, Digga. Spann doch einfach W auf Cooldown, Mann. Nein. Warum? Warum, warum? Ich meine, wir sind halt... Wir sind nicht nötig, Digga, so. Ich verstehe nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Twitch ist immer nicht drin, oder? Twitch macht er eigentlich. Das ist doch ein Freak. Bitte mach erst Outtack. Ja, eh. Warum flirrst du? Oh mein Gott. Wir machen Nash, wenn wir wieder live sind. Ja. Einfach dir halt zum Nash. Ja. Diana macht Drakes, ja. Jetzt direkt. Ja, scheiß Drake. Ich brauch mehr mehr. Wenn wir das Game Stuhl noch spielen müssen, dann haben wir irgendwie verloren. Keine Ahnung, so. Nicht weil die Stuhl kriegen, aber das Game zu lange geht und die irgendwie nicht enden können. Ich glaub, die haben aber überall Vision, ne? Hast du Red Trinket, Digga? Das Ding ist, die müssen halt nur ein Teamfight gewinnen. Und Diana Ram muss überleben und dann können die beiden einfach finishen halt, ne? Ja. Die haben halt so ne... Hast du Red Trinket? Red Trinket? Red Trinket? Red Trinket? Red Trinket? Red Trinket? Nee, nee. Oh fuck, Digga. So ein bisschen der Mensch noch. Ey, geh raus, geh raus, geh weg, geh weg. Zack, Digga. Ich geh raus, ne? Also, du müsstest auch rausgehen. Naja, alles schwein. Die hat keinen Sohn, ja, aber er steht dafür jetzt. Ich kann, ich kann peeren, Digga. Okay, komm auf. Wo sind die? Ah, Mitte, Digga. Vielleicht ist der Jax am hinten. Ich hab, äh, ich hab Rocket Belts, ne? Das ist echt schon insane, man. Oh mein Gott, der Damage auf die Caitlyn, alter. Holt. Was? Digga. Tiefe aber mal anders weg. Hängt das jetzt einfach, Digga, schnellst rein. Ich hab einfach die W auf 1% gekloppt, Mann. Oder sind so Flipgames, Digga, bei unserem... Digga, alles, Digga, also... Also, ja, ja, schon alles 2 gegen 8, Digga, das ist true. Aber es sind jetzt nicht so Flipgames, da waren auch Freegames mit dabei, Digga. Da waren auf jeden Fall auch Freegames mit dabei. Hä? Hä? Oh, ey, was war das jetzt? Warum? Ne, zweite Uchi-Instanz war das. Nein! Wie sie gerade weggeflasht hat, muss ich im Team eigentlich... So. Also, was wollte das, Digga? Digga, imagine... Ich bin... Was? Ach, du Platin 2, Digga, was? Digga, imagine, ich bin Gold 1 jetzt... Mit wie vielen Games? 14? 14 Games... Und wir spielen jetzt in einer Elo, Digga. Die Enemies waren jetzt die vor Average. Wir spielen jetzt gerade in einer Elo, Digga, wo manche Leute einfach nie, 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 nie hinkommen, Digga. 300 Clown Fiestas, das ist eine Peak-Edo jetzt gerade, Digga. 14 Wins habe ich jetzt gespielt, Digga. Nee, der ist Platin 2 Peak. 15 Wins habe ich jetzt gespielt, Digga.